hallo meine lieben leute es geht wieder los und zwar der upload heim heute wie du siehst haben wir den paradin ich habe ihnen auch schon den passenden namen dafür gegeben wie wir mit ihm spielen möchten oder oder wie er heißen soll und ich schlage vor wir legen auch alsbald los das ist gut aus kleiner shake-up noch okay unser bibi bato so heißt ja ich habe auch schon ein paar umstellung noch bei mir gemacht damit ich dann mit der tasten kombination besser klar komme ich habe den ersten vier games halt anders gespielt bisschen schade ist dass wir gestern oder oder vorgestern halt den den werten muss man kurz überlegen den werten barbaren leider auf keinen level 30 gebracht haben nur halb so wild ich mache definitiv noch weiter indem ich halt bei ihm auch mal auf level 30 spiele bzw die albtraum level noch durch ich denke das kommt dann alles mit dem resurrected dann halt so aus damit perfekt ja dann schlage ich vor genießt euren eure höhere zeit hier und ich mache das beste draus damit wir viel spaß haben ich habe vor übrigens bei den parlor hier auf gesegneten hammer zu gehen alles darum herum okay täte schon gerne mal die höhle finden das kommt dann 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 Ach so, okay. Ich habe ja ein paar Tasten umgestellt. Das habe ich natürlich zu berücksichtigen. Sonst ist es halt ein bisschen schwer, ohne weiteres das zu finden. Okay, nehme ich. Hoppla. So. Das ist natürlich schön, ich finde hier Schreine der Erfahrung, nur ich finde keine Höhle. Höhle. Kann das möglich sein, dass sie hier drüben ist? Hm. Oh. Okay. Hm 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 hm. Herrlich. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Und du bist hier. In diesem Käse. So. Diesmal lasse ich übrigens die... ...die Einstellung, dass ich halt mich stärker mache, beziehungsweise die Umgebung, die ich stärker mache, raus. Komplett. Ich mache das diesmal ganz, ganz trocken. Auf diese Art und Weise. Wir nehmen Macht. Wir müssen auch gleich mal Macht einstellen. So. Ach, wir nehmen mal die Tränke mit. Okay, genau. Das wollten wir. So. So. Okay. So. So. Okay. So. Die vermisse ich am meisten gerade eben. Wir gehen mal hier raus. Ich nehme den Erfahrungsschrein noch mit, damit es ein bisschen besser läuft, die ganze Geschichte. Okay. Okay. Sehr schön. Okay, jetzt machen wir mal eins da rein. Der Paladin, so als kleine Nebeninformation, arbeitet am besten mit einer Einhandwaffe, sagen wir es mal so. Und einem Schild. An sich ist der durch seine Augen ein ziemlich guter Partygänger. Und was halt noch ziemlich wichtig ist für den, der ist im Solo, ist der richtig hart, also mit dem kannst du Solo alles machen. Das ist, glaube ich, der einfachste von allen, der überall durchkommt. Und das macht ihn besonders stark. In der Gruppe ist er natürlich gern gesehen durch seine Auren, kann er letztendlich halt viel bewirken. Besonders seine Auraüberzeugung ist halt eine wirklich sehr gute Party-Aura, weil die halt alle Resistenzen von den Gegnern runterhaut. Also, wenn jemand einen Anfängercharakter haben möchte, dann ist, glaube ich, der Paladin fast eine der besten Auswahlmöglichkeiten. So. Oh, hoppla, das wollte ich gar nicht einsammeln. Jetzt ist es drin. Perfekt. Sind wir auch schon Level 3. Nehmen wir mal für... Guck gerade, was ich noch so alles schön brauche. Hm. Okay. Wir nehmen jetzt... Macht, wo ist es denn? Bisschen enttäuschend, dass ich jetzt hier keine Spiere bekommen habe. Ich hätte mich gerne mit denen durchgeworfen. So. Alle Punkte in Leben rein. Aber es ist halt manchmal so. Einer ist noch übrig. Oder? Zwei sind noch übrig. Da. Perfekt. Dann wird die Höhle gesäubert. Okay. Ein schön... Ein schönes Zepter haben wir. Eins zu macht. Sechs bis elf Schaden. Ersetzt natürlich dicke mein Schwert. Das ist natürlich richtig toll. Oh. Eins zu drei Schaden. Die nehmen alles, was Schaden macht, nehmen wir erstmal mit. Gut. Und hier haben wir noch einen Stab. Weg damit. 280. 400. Wie machen wir das denn am besten? Ja. Ich glaube, wir müssen erstmal weiter eine Runde hier rumdaddeln. Das gucke ich mal kurz. Wir haben schon... Oh. Als nächstes würde ich dann Heiliges Feuer nehmen. Ja. Wir nehmen als nächstes Heiliges Feuer. Also ich bewahre jetzt meine Punkte erstmal auf. Weil ich gleich richtig weitergeben werde. Gut. Und jetzt machen wir noch eine kleine Sache. Und zwar... Hauruck und Hauruck. Okay. Perfekt. Momentan sind wir auf Level 4. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt mit dem Ton besser ist als im letzten Video. Weil da gab es immer solche lauten Leise-Einstellungen. Die ich selber so ein bisschen mitgekriegt habe. Und das muss ja nicht sein. Ihr wollt ja die... Die Schrei der Leute hören. Oder ich möchte die hören. Ich höre sie klar und deutlich. Aber wenn die Übertragung halt natürlich dementsprechend bescheiden ist, dann ist es halt auch doof. Und dann schlage ich vor. Dann machen wir mal den hier. Den... Beere hier rein. Und... Machen wir mal hier eine auf... Wechsel. Rock. So. Das sieht doch gut aus. Wo sind wir denn hier? Steinfeld. Okay. Dann machen wir gleich unseren Rakanisho. Perfekt. So wünsche ich das mir. Oh, ich muss das noch ein bisschen besser hinkriegen. So, weiter geht's. Auf jeden Fall komme ich hier rein, langsam und sicher. Oh, ich muss das noch ein bisschen besser hinkriegen. Da kommt schon. Ah. Los. So. Okay. Okay, dann haben wir mal wieder gelevelt. Natürlich sehr schön. Level 5 sind wir. Oh, geil. Ein schreiender Erfahrung nehme ich doch gerne entgegen. Da ist die Wand. Perfekt. Ich glaube, hier oben ist der Eingang auch. Super. So. Dann hoffen wir mal, dass der Weg relativ klein gehalten ist. Okay. 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 Oh, Identifikationsrolle nehme ich gerne mit. So. Die bringen ganz gute Erfahrungspunkte, deswegen schlacke ich mich hier rundum mit den Gegnern hier. Rausgesetzt ich treffe. So. 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 Ich könnte ruhig eine Scherpe mal gebrauchen und den Ausgang natürlich. So. Sack hast du, oder? Okay. Okay, also geht's nur noch nach oben. Hm. Ich farme übrigens nachher noch ein paar Runen zusammen, damit ich dann auch gut voran komme. Darunter ist dann die Rune TL und müsste RAL 8 sein glaube ich, das heißt ich müsste noch dafür dementsprechend die Sachen finden, also dieses Equipment. Jo, bei nur Rüstungen? Ne. Okay. Deswegen ziehen die mir so viel ab. Gut, ich glaube wir sind jetzt am Punkt angekommen, wo wir endlich weiter können. Hm, nice, nehme ich. Okay. So. So, weiter geht's. Ach, apropos weiter. Da. Ja. Und wir machen mal den hier. Nimm ich. Okay. Endlich der Ausgang. Perfekt. Och, der Baum, der ist ja gleich in der Nähe. Ja. Und? Und? Sehr schön. Okay, das ist doch alles mal Jabun Cap. So, ein Schreien der Fertigkeiten. Nett. Wo ist denn unser Bus? Ist das da? Geht doch. Oh, ein paar Boots. Perfekt. So nehme ich. So. So. Ich bin übrigens Level 6. Das fällt mir gerade eben so auf und ein. Heiliges Feuer, meine Guter. Machen wir es mal auf. Danke, danke. All Oati. Und hey, Margie. Na, wie geht's? Danke, danke auf jeden Fall für dein Follow. Freut mich, dass ihr beide hierher gefunden habt. Und hast du gut geschlafen, Margie? Okay. Äh, ja, mir geht's super. Siehst du jetzt, sitzt dadurch ordentlich hier Diablo. Und heute ist halt bei mir der Paladin dran. Mal gucken. Oh, geil, das ist nicht schlecht. Ähm, mal gucken. Vielleicht mache ich nachher noch eine Runde, äh, Phasmo halt. Nur erst mal ist hier my boy dran. Oh, 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 oh. Die wollen aber hier ganz schön Schaden machen. Das kann ich doch auch. Das ist die Entfernung werfen. Okay. Geht doch. Ja. Verserved Head. Okay. Hm. So. Ich könnte langsam mal in die Stadt zurück. Weil ich bin gut ausgelastet gerade eben. Hm. Ah. Ne, raus damit. In der Hoffnung, dass wir für den Kopf noch ein bisschen Geld bekommen. So. Hopp. Weiter geht's. Ja, ja, kein, kein, kein Ding. Kein Ding. Mache so, wie dich am besten wohlfühlst, ja. Du kannst ja auch, wenn du, wenn du, wenn du halt, äh, trotzdem dabei sein möchtest, äh, den, also oben auf den Tabs gehen, auf rechts klick und stumm schalten. Und somit, ne. Und somit hast du nicht mehr das Problem zu loken, sondern du hast einfach den Ton ausgestellt auf der Seite und bist trotzdem halt angezeigt. Wenn du das lieber machen möchtest. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie du dir das vorstellst. Ähm. Okay. Na geil. Okay. Jetzt haben wir den schönes. Ähm. Badöke. Oh. Ja, ja, gut. Ist natürlich richtig doof gerade eben. Da ich hier leicht überladen bin, muss ich mich mal mit denen hier kurz rumplagen. Hier habe ich doch gerade eben eine Schriftrolle Identifikation gesehen. Genau. Rein damit. Rein. Okay. Nehme ich mit. Wir lassen den Kopf da. Wie? Also du kannst oben, also wenn du trotzdem angezeigt werden möchtest bei mir sozusagen als Zuschauer, dann gehst du einfach oben auf deinen Tab, was geöffnet ist in Google Chrome, ja. Und dann tippst du einfach auf Rechtsklick und stellst, ja okay. Du gehst oben auf deinen Tab, wo das Fenster gerade geöffnet ist, in dein Google Fenster oder je nachdem was du halt hast, Firefox, Google Chrome und klickst dort auf Rechtsklick. Und wenn du auf Rechtsklick geklickt hast, dann steht dann irgendwo, ähm, warte kurz, ich kann es mal kurz mitmachen. Und dann steht dann, äh, in dem zweiten Bereich, im unteren, unterhalb von Unpin, Stummschaltung für die Webseite. Ja und dann kannst du es einfach stumm schalten und bist trotzdem dabei. Lässt halt den Ton an. Somit ist das Problem behoben. Okay, hier ist das Tamo Hochland. Perfekt. Ja. Komm hier. Rein damit. So, weiter geht's. Oh, nice. Genau. Genau, genau. Und so machst du es dann einfach. Dann bist du trotzdem dabei und guckst halt mit zu. Ganz einfache Geschichte. So. Okay, schade, dass ich hier wirklich keine, oh, 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 oh. Den nehme ich mit, den nehme ich mit. lassen wir liegen ja dann hörst du mich nicht das ist richtig nur 8 loken bedeutet ja ich verstehe schon loken gibt es auf verschiedenster hinsicht heraus also loken passiert halt wenn du lang genug zu schaust und keine reaktion gibt es im chat dann fällst du raus doch wenn du auch ton ausmachst bist du nur als loka bezeichnet und ich hatte jetzt so verstanden dass du halt den ton aus machen möchtest na gut dann muss es halt wieder umstellen wie du magst wie gesagt fühle dich wohl gut ich würde jetzt mal wirklich gerne wissen okay das ist schon mal super ab nach hause was haben wir denn schönes hier nur müll weg damit sind wir erstmal dich wir leben tick rating wenn wir weg machen weg und den hier weg perfekt ach so ach so ach so okay gut dann verstehen wir uns jetzt ja nee ich sehe wenn du reagierst und dann rede ich im regel fall auch mit dir sonst und da lasse ich es tunlichst gut okay dann haben wir soweit alles das kommt das machen wir noch unseren helmen anschauen nehme ich erstmal ich habe eben das schrott momentan drin ich habe jetzt mein schwert für die rune kombi t und l ach den brauchen wir noch so das packe ich erstmal rein so dann wechseln wir mal kurz die nehme ich auch mal raus ach ok ok wieder was dazu gelernt finde ich gut finde ich wirklich gut gut und den schlüssel machen wir mal hier hin und das geld noch rein na dann wie gesagt fühl dich frei ach so was habe ich denn noch schönes bei ihr zu holen trinke ja und dann schlage ich vor dann gehen wir noch mal in die kalte ebene zurück holen schnell unseren blutrahmen ich werde mal auf opfer umgehen damit ich ordentlich schaden mache so was haben wir denn hier von ihnen es geht es her ok stecke ich hier noch einen punkt rein damit ich dann nachher ansturm machen kann und dann geht es schon weiter ja das ist das ganze spiel besteht aus laufen laufen und hacken und das macht das spiel halt so attraktiv da ist der gute komm her so das zappt dann nehme ich gerne ok das ist unser neues a gut 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 weiter gehts der kann noch befreien oh büschüber auf mein guter ach du bist nicht büschüber auf aber egal ich nehme ich trotzdem mit jetzt hast du ein schönes fein gelassen nehme ich nehme ich nee der Rest könnte behalten oh 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 nehme ich schon wieder kann nicht wahr sein so ja das sieht gut aus ja den nehmen wir auch noch mit so nachdem wir Deckard Cain befreit haben geht es dann zur Gräfin suchen wir ihre kleine kluft auf und dann dort weiter gemetzelt perfekt ja das denke ich mir auch so das denke ich mir auch so so diesmal genau flüchte flüchte schnell mein guter ja 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 alles noch nicht ich bin gleich wieder da ok ja identifizieren wir alles so ich habe noch einen tollen Ring von dir bekommen nehme ich was haben wir hier schönes prayer nee eins zu stärke schade ist nicht so gut jo ok ich habe nicht genug Geld schade 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 ja jetzt gehen wir auf zur Gräfin und werden dort halt ein paar Rennen absolvieren um halt gewisse Runden zu bekommen also auf meiner Liste steht wie gesagt tier und ell und eld und und muss ich mal kurz schauen das habe ich mir nämlich notiert tal und eld genau weiter gehts schade schade die Gräfin wo bist du denn meine gute ne 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 ah perfekt da bist du ja ne 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 Ah, das kann ich meinen Bogenschützen geben. Da freut er sich auf jeden Fall. So, dann machen wir das auch mal fix. Das freut mich auf jeden Fall. Okay, hier ist der nächste Gang. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier um teilweise noch mal kurz zu leveln, weil hier haben wir halt sehr, sehr viele kleine Bosse. Perfekt. Nehme ich. Mana ist erstmal nicht so wichtig für den Paladin, weil der kommt sehr gut ohne aus. Für den leben momentan echt so dieses heikle Thema. Und ich gucke natürlich nach Rüstungsständen. Na komm schon. So. Also die Ebene, die kann ich in Zukunft auslassen. Weil hier keine Rüstungsständer beziehungsweise Waffenständer sind, die halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, gesockerte Gegenstände fallen zu lassen. Und ein Säbel-2-Slot wäre natürlich für mich perfekt und ich bräuchte halt noch mal Rüstungs-2-Slot. Die kann ich trotzdem in der Stadt relativ einfach holen. Oh, ob da. Was haben wir denn hier? Na gut. Wir machen hier ordentlich Aua, die Guten. Das Witzige halt, bei Opfern, also bei dem Schlag, den ich gerade drauf habe, ist, dass ich habe, der zieht mir halt Mana ab. Äh, zieht mir kein Mana ab, sondern das Leben. so. 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 überladen. Okay. Das kann ich hier gar nicht verstehen. Na kommt schon. Okay. Okay. Na kommt her, wo seid ihr denn? Warum rennt ihr alle weg? So. So. Level up. Welches Level bin ich denn jetzt gerade eben? Acht. Okay. Acht ist gut. Gut, das finde ich gerade ein bisschen enttäuschend. Wir haben hier keine Rüstung, also keine Rüstungshalter. Bin ich schon fast ein bisschen traurig. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ne. So. Ich müsste vielleicht mal aus dem Feuer rauskommen. Gut, dann haben wir die. Eine Tierrune haben wir. Gut, ich bin wieder ein wenig überladen. Okay, Tierrune haben wir. Jetzt haben wir hier das Sable. Zwei Slots? Perfekt. Nehme ich. Longstuff. Sieht alles gut aus. Wo haben wir es denn jetzt gerade? Den Zepter. Ah, da. Perfekt. Ja, ein bisschen Geld können wir immer gebrauchen. Gehen wir hier. Hearth Leather. Ne. Okay. So, die Tierrune, die ist durch. So, Tier und L. Jetzt brauchen wir noch die kleinste Rune. Das war Schrott. Okay. Kleinste Rune. Guten Tag. Okay. Hallo. Hallo. Zurück. Okay. So, dann drück mir mal die Daumen, dass wir jetzt eine bessere Ausbeute haben. Okay. Also, wie gesagt, Bosse gehen immer. Die mache ich auch gerne fertig. Den restlichen Unrat, den würde ich soweit nebenher liegen lassen. Ah, genau. So, was haben wir denn hier schön? Heiltränke über Heiltränke. Nehme ich. So, was haben wir denn hier? Nicht mit mir, meine Dame. Oh, bitte schön. Ab ins Gesicht. Was wird denn hier schönes? Ja, genau. Das bekommst du, meine Gute. Für deine gute Arbeit, die du hier leistest. Die ist ziemlich schnell umgekippt. Da kommt raus, meine Gute. Na, na, geht doch. Und? Heilt und Tal. Wird's mal geschaut? Nee, ich brauche Eid. Okay, gut. So. Den nehme ich mit. Ich gehe nochmal kurz zu dem Waffenständer. Vielleicht finden wir da noch einen schönen Säbelkatter. Gut, okay. Okay. So. Die nächste ist Tal. Eilt können wir gar nicht gebrauchen. Und hier hätten wir noch ein Schwert. Ein Säbel ist natürlich besser. Ja. Ich nehme auf jeden Fall den Säbel. Hier, bitte schon, meine Gute. Alles for you. Na, komm her. Dass wir hier nicht ganz allein durch die Einwöde rennen. Nehmen wir mal unseren schönen Bogengeschütz mit. Oh, schreien Erfahrungspunkte. Ah, okay. Okay. Ne? So, uns fehlt jetzt nur noch L und Ed, dann können wir weiterziehen, dann sind wir wirklich gut gewappnet. So. Nehme ich und, na komm, den. So, ich hoffe natürlich, dass ich noch zu Gräfen ankomme, dann kriege ich nochmal ein bisschen EXP. Ja, definitiv bei den Spielen. Bei dem Spiel ist es unabdingbar. Oh, eine L-Rune habe ich gesehen, perfekt. Und eine Ed-Rune, super. Na, das läuft doch. Komm, weg mit dir. Zwei Sockel, Mensch. Gut, okay, dann haben wir alles perfekt. Na, dich nehme ich auch noch mit. Einen Langbogen habe ich auch noch für meine gute Amazone. Na, gucken wir mal, was hier drin ist. Weg damit. Langbogen war es gewesen. Okay. Uh, nett. Nett, nett, nett. Ist jetzt nicht hier die Beste der Besten, nur, hey, wenn ich es so schon mal habe, dann kann sie auch ein bisschen Arbeit machen. Ah, 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 ah. So. Hm, nimmt sie ihn zur Feuerresistenz. Okay. Dann gucken wir mal. Tier und L. Das war der hier. Tier und L. Da haben wir Stahl. Perfekt. Okay, 25 an Geschick brauche ich noch dafür. Und Level 15. Na gut, das ist in Ordnung. Das machen wir dann für nachher. Ne, Level 13. Ich bin jetzt Level 10 müsste ich sein. Okay. Und die andere, das ist Tal und Eed. Kommt dann später dran. Okay. Perfekt. Und weiter geht's. Und bevor es weiter geht. Weiter, weiter geht. Hi there. When I fled the M- Yes? Hm. Oh. Nett. Ah, nächstes Mal später. Na komm nochmal. Na komm nochmal. Reparieren. Perfekt. Jetzt geht's weiter. Und welches Level bin ich jetzt? 10. Perfekt. Perfekt. Okay. Okay. 10. Navigate. 10. 10. 20. 10. 10. 11. 10. So, auf zum Kloster. Even the light cannot pierce this gloom. So. 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 Ne, ich stürze hier mich in die Katakomben, ganz ganz tief irgendwo zu Andariel. Die Burg, das war bloß ein kleines Futterchen für mich. Ok krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so weit reinlaufe in die Kaserne. So, nehmen wir alles mal schön mit hier, ich will mir noch mal schnell meine Jägerin, natürlich klar, dass sie nichts aushält ohne Rüstung, oh Rock, ok, du willst wohl nicht so richtig hier, oh nein, oh nein, das ist doch nicht dein Ernst, die ist Level 5, die kann die Level 5 sein. So. Natürlich die Ecke voll ein Reinfall gewesen gerade eben, Schmied ist irgendwo oben. Na ja gut, für mich heißt es Erfahrungspunkte, die auch ganz gut sind. Da ist er, da ist er. Oh, Schmied sei lieb zu mir. Oh, nett, 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 nett. Nehm mich. Da bin ich mir nicht so sicher, aber ey, gut, ok, ich glaube ist heutzutage alles. So, also die Gefängnisse, mein absoluter Schreckenspunkt. Hoffe ich natürlich, dass ich hier relativ schnell durchkomme. Schade, schade, ey. Schade, 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 schade. Sakasse. Lass mich doch einfach durch! Ich bin Arzt. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, perfekt. Hallo, das ist halt krass, was die teilweise an Schaden machen hier. So, der Dirk lag da im Schmutz. Na, habe ich da unten gute Chancen? Ne. Na, Dich nehme ich doch gerne mit. Ne, du lass mal. Geht weiter hier. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Ach, die Gefängnisse, ey. Was man da in Zeit verplempern kann. Hoppla. Was ist mit dir? Perfekt. Gut. Ausgang gefunden. Ach, wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir bei Andariel. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. So. Level 11. Kurz vor Level 13. Äh, kurz vor Level 12. Hm. Also, ich müsste schon auf Level 13 kommen. Das wäre natürlich perfekt. Wenn ich auf Level 13 kommen würde, kann ich mein Runenwort Stahl aufnehmen und dann mache ich auch wesentlich mehr Schaden. Das wäre ein ziemlicher Boost. Sonst Level 12 ist auf jeden Fall absolut wichtig, weil ich dann auf Eifer komme. Ist zu wenig, oder? Na gut. Gegen Andariel nehmen wir das erstmal mit rein. Okay. 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 So. Haben wir noch Platz dafür? Natürlich haben wir Platz dafür. Oh, perfekt. Okay. Ja. Komm. Hämse. Nimm den Zauber an. Okay. Okay. Noch mehr Feuerschaden. Also bis an Dariel behalte ich den Feuerschaden, damit ich möglichst viel Schaden mache. Und danach kommt er dann raus. Perfekt. Endlich. 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 Okay. Also. Kurze Umstellung. Das sieht gut aus. Wir nehmen jetzt Eifer. Charge und Eifer. Perfekt. Ähm. Heiliges Feuer nehmen wir auch noch. Haben wir hier noch schönes? Ne. Heiliges Feuer. Gut. Okay. Das sieht wirklich gut aus. Jetzt nehmen wir Charge als Fortbewegungsmittel. Wenn ich das so gut hinkriege. Und so. Krass. Ich merke schon. Das wird eine harte Geschichte. Und. Den hier. Okay. Okay. Na komm. Ja. Ich bin. Hier. Ich bin. Wir versuchen otwarte. Ich muss auf jeden Fall wissen. Es habe nichtgefährd. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Ich muss auf jeden Fall nehmen. Wie lange, die ich sie den Feuerschaden finden verwende. Ja. Wir nehmen das. So. Okay. G-mail. Okay. I can't carry anything. I can't carry anything. I can't carry anything. Okay. Hier ist Andariel. Perfekt. Okay. 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 So. Dann gucken wir nochmal rein. Wir alles haben für den Kampf. Mal kurz positionieren. Und Level 13 könnten wir theoretisch gesehen noch machen. Egal. Wir probieren es so. Okay. 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 Dann machen wir mal Andariel jetzt. Nein. Nein. Okay. 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 Ich hätte es mir wesentlich schwieriger vorgestellt mit dir. nur die Frau war offensichtlich sehr kooperativ. Okay. 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 Bye. Haben wir das erledigt. Auf in Akt zwei. Go to East Greetings Greetings zurück, mein guter Ich glaube, wir werden trotzdem unseren Zeltner wechseln Auch wenn die toll ist, die Frau werden wir sie wechseln Okay Kannst du auch noch haben Ach, den Hammer, den hätten wir hier noch geben können So Nicht mehr Ruck Schlabbermütze geht zu mir So Ich nehme mal den Offensiven Offensiven, der gibt mir halt Angriffsgeschwindigkeit und das kann ich halt super nutzen Für meine Zwecke Falls ich irgendwann mal nicht richtig mehr treffen sollte Treffe ich definitiv durch Seine Fähigkeiten So Oh, hi So Wir haben noch einen schönen Ring bekommen 40% zu extra Gold Level 17 ist glaube ich unser Rundwort Okay Eine Sache machen wir definitiv noch Und zwar den Säbel Der für Level 13 bestimmt ist Schon mal nehmen Willkommen zurück So Jetzt sind die Kanalisationen dran Zwei Auren auf einmal Klappt übrigens auch Das siehst du dann gleich So Vorher noch 10 Punkte In Leben Oh Okay Hier werde ich ja wieder gleich perfekt begrüßt Nett Zeigen wir gleich auch die Mobs wie stark die sind Okay Ich habe verstanden Findest du Find ich auch Okay Geben wir jedem noch einen vernünftigen Speer 40,50 Nehme ich mal mit 50 Stärke Nehme ich auch sicherheitshalber mit Gut Den habe ich definitiv Mein guter So Also der erste Versuch war eher weniger erfolgreich für meinen Söldner Nur Ich habe jetzt endlich Stahl drin Jetzt kann es losgehen mit dem Gemetzler Muss bloß noch mal eine kleine Einstellung vornehmen Und zwar Den nehme ich da drauf Okay Okay habe ich eigentlich die erwünschte die gewünschte ich vermute schon fast ihr habt den falschen boy gewährt okay hier geht es wieder hoch bin sogar in die falsche richtung jetzt gelaufen so ich höre immer komplett die falsche aura ich kann mich natürlich auch irren nur ich glaube der hat gedeihen als aura ich will es ja mal beobachten 15 bist du mein guter oder hat gar keine lustige aura zu machen ich weiß es nicht ich bin jetzt echt gespannt wo hier der gang ist ja ist doch ist doch in ordnung meine guten hier okay Uh-huh. So, das finde ich jetzt bizarr... Ha! Ich glaube es nicht. Der untere Zipfel war es gewesen. So, ich halte mich ein bisschen zu sehr mit dem Kleinkram hier auf, weil die machen richtig gut Schaden. Nur das ist nicht in meinem Interesse mit denen rum zu handeln. Werden wir bloß Radamens suchen. Deswegen werde ich die einfach mal ignorieren. Sehr schön. Jetzt hoffen wir, dass wir Radamend auch noch so einfach finden. Dann wäre alles perfekt. Gut. Okay. Ich könnte vielleicht noch ein besseres Shit gebrauchen. Direktes Palashit. Das wäre natürlich ein absolutes Träumchen. Radamend haben wir gefunden. Perfekt. Okay, die machen eindeutig ein bisschen zu viel Schaden. Äh, 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 oder was da? Pff, uuuh. Okay. Der hat ein bisschen viel Schaden gemacht auf einmal. Ich habe gehört, dass du dich anrufen und lass uns trainieren. Ähm. So. Jo, das kann man mal machen. Du brauchst ein bisschen Hilfe. Ja. Der Azrael, den du mir verkauft hast. Der läuft nicht ganz so, wie ich es möchte. Was? Jetzt hat er keinen Kampf im Angebot. Na gut. Ich warte noch ab. Wenn er noch schlechter läuft, dann... Dann... Tausche ich noch... Das wird Radamend, der hat natürlich jetzt ordentlich. Falsches... Falsches Portal. Geht doch. Ich nehme es mal mit. Oh, okay. Oh, okay. Ähm. So, Scale-Mail. Ist nämlich besser als das, was ich jetzt hier habe. Weil das müsste ich jetzt mal kurz testen. Ui. 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 Ich weiß. Ich bräuchte diese Schriftrolle eigentlich gar nicht großartig rumschleppen. Es geht hier nicht darum, ob ich es brauche oder nicht. Es geht darum, dass ich halt... Äh. Die Missionen erfülle. Darauf habe ich jetzt Bock. Okay. Nur so wie es jetzt ausschaut, brauche ich viel Mana. Deswegen holen wir uns mal viel Mana. G'day. Ich bin übrigens ein Level Up. Nehmen wir nochmal... Heiliges Feuer. So. So. Ich werde mich viel mit anstummen jetzt arbeiten, damit ich schneller durch die Wüste komme. Ich werde mich nicht angehen. Oh. So. 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 Sehr schön, nehme ich. Hmm. Genau, sterben. So, hier geht's hoch. Könnte man mal hier gucken. Okay, ich hab schon gesehen. Grabmal hab ich. Äh. Mal einen Teleporter hier hin, weil ich das erst später besuche. Ja. Ist das schön? Ja. Okay. Läuft da gegen die Wand. Okay, das ist schon mal gut. Die fernen Oase. Hier sammle ich erstmal ein wenig XP. Auch gut aus. Oh, perfekt. Das Loch haben wir auch gefunden. Oh, oh, oh. Sehr schön. Nur bevor wir hier weiter gehen, gucke ich noch nach dem Teleporter hier. Wie gesagt, ich möchte den Bereich hier zum Level nutzen, weil der ganz gut zum Leveln ist. Durch die Mobs, die hier spawnen. So. 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 Okay. Echt das sind die Probs aus. Jetzt wifeNleicht. Was ist hier denn gleich? Ich frag mich aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, endlich. Der Käfer-Cow. Hm. Nehm ich. Schade, schade. Hier ist kein Teleporter. Dann gehen wir mal nach oben. Hm. 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 Wo bist du denn, mein Guter? Ich könnte die jetzt echt gebrauchen. Na, endlich, oder? Ja. Perfekt. Oh Gott. Hm. Lassen wir noch. Hm. I've been researching with hello. Hello back. So. Hm. So, das sollte dann passen. Haben wir ordentlich an Tränken mitgenommen. So. Hm. Oh, oh. I am overburdened. Aha. Mann. Ist das euer Ernst? So ein starkes Gift. Gute Frage, wie du mir helfen kannst. Ähm. Ja. Wie, ich bin fertig. Mach mal. Wo. Wo... Wo. 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 Das war's. Na geht doch. Oh, ne. Oh, ne Nerf-Rune nehmen wir mit. Ach so. Genau. Ach hat er doch die Angriffs-Aura. Alles richtig gemacht. Okay. Oh, na los. Und nun wird gleich beides sind und weiter. Hä? 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 Was ist los mit dem? Ah. Hä? 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 Was zur Hölle war das? Das gibt's doch nicht. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hä? Hä? Leider haben zu wenig an dieser Stelle gesehen ey. Oh Mann ey. Was ist los hier mit dem Spiel manchmal? Der stand auf der Stelle. das gefühl jedes mal habe ich was zu erleben hier hammer kommt schon hier bei mir wenn man reingehackt und weg bist ich bin da ich bin da nicht mit mir chain los ok kledlas kledlas nämlich definitiv noch weg ja gut okay so einfach geht es noch nicht ich muss mich erst mal erholen wie kann das sein dass er so hart festpackt was zur hölle habe ich den stab schon wieder ja mein guter nimm den ok so hoppla das war eigentlich nicht so angedacht okay machen wir es so so dann geht es ab in die jetzt geht es ab in die oase noch mal ein bisschen rummetzeln gemütlich auf dem weg dorthin den hat es aus den latschen gehört gerade eben bist du zu schwach sind sie zu stark oder so noch ein paar zauberter war sie los gut level 16 bin ich jetzt wow das war jetzt krass gerade eben zwei verzauberte hintereinander wenn ich level 17 bin dann kann ich auch schon mehr steals anfertigen auf die rüstung natürlich nice an dieser stelle würde ich erstmal sagen nicht ohne meine söldner meine söldner werde ich gleich mal zu ihnen gehen und noch den zurückholen gut ok da bist du mein guter ach wegen den handschuhen genau das tauschen wir jetzt noch mal aus hier nehmen sie jetzt mal den einen punkt rein hier passt das wieder gut die können weg oh nett ab in die kiste das können wir gerne mal austauschen den nehmen wir rein und weiter geht's die fan oase hoch hoppla werf hier komplett mit den falschen sachen hier rum ich glaube bin ich jetzt 16 Ja, ich schlage vor, wir gehen erstmal jetzt ganz gemütlich hier in die Wurmgruft rein, in der Hoffnung, dass sie relativ schnell erledigt ist. Leverarmor, so, Kambi erledigt, perfekt. Ja, zwei Slots nur, ich guck mal, dass ich was stärkeres finde. Ja, ich guck mal, dass ich das. So, Verkasse. Hm. so keine ahnung wo mein söldner ist auch 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 Okay, Jun, lass mich tu weiss. I am overbuilding. I am overbuilding. Na komm schon, du hast jetzt hier. Ah je. Und 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 und, ne, 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 ne. Wieder keins. Hm. Nö. Mensch, ich bin ja ganz schön hier am rumkrebeln momentan. Und dort ist der Gang. So ein Mist. Na ja gut, das passiert dann manchmal. Okay. Krass. Das ist wirklich krass. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Kristallschwert. Ich kann es mir zumindest mal anschauen. Äh. Ne. Was ist damit? So. Ein Zweifer. Und. Oh, bock. Weiter geht's. Oh. 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 Oh, he's in Genovation. Nehme ich. Nehme ich. Du kriegst noch den Arsch voll. So. Und bye bye. So. Nehme ich. Okay. So. Jetzt geht's weiter. So. 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 relativ fix ja mir gleich ein paar dicke maden an relativ fix das war nett das war richtig das war sehr nett nehm ich nicht so wild das fand ich gut das fand ich sehr gut schnell abgeschlossen ich komme auch denke ich mal relativ fix auf level 18 der ravenclaw einzigartigen bogen habe ich sogar eingesammelt ohne dass ich es gesehen habe ok ok was wollten wir denn nachher wir gehen noch mal in die erste stadt und basteln uns talle zusammen damit wir noch ein bisschen schneller sind falls ich mal laufen sollte ok die hat jetzt keinem angebot nur wir lassen unsere sachen reparieren ok weiter gehts so so druckner du bist hier die die quelle allen aller möglichkeiten pro quelle aller möglichkeiten versorge mich mein guter versorge mich jo 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 Och komm lass mich durch. Du guckst dir nicht vorbei oder wie? Nee 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 nee. Bin ich nicht so für. Oh dafür bin ich absolut. Oh dafür bin ich eher weniger. Ähm wir gehen mal runter. Ja hier ist unser Eingrunk. Na komm her. Komm her. Sagte ich. Okay geht doch. So ruhig nen Zacken ab platzen können. Gut. Findest du? Ja lass mich mal hier durch. Dankeschön. Hm. Large Shield. Ich glaube es ist das goldene Schild oder? Ja. So dann lass mich mal durch hier. Wie die es unbedingt immer wissen wollen ey. Ja die Kombi mit den Söldnern die ist echt gut. Gerade eben. Gern geschehen. So. So. Na komm. Ach da steht noch einer. Weiter gehts. Endlich. Oh nein. Bist du euer ernst? Oh. Schade. 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 Und dann gehen wir nach unten. Oh. Schade. Schade. Kämpfe ich mich hier schön so durch und dann ist da kein Gang. So, gleich Level 18. Perfekt. Sehr schön. Komm, kurz die Daumen gedrückt. Ich bin auf dem richtigen Pfad hier bin. Äh, äh, äh. So, einfach bloß vorbei. Ich hab den Eingang verpasst, oder? Ne. Ach ja, ich schick's. Ich geh nach unten. Ging ganz schön tief rein, gerade eben. Nein! Ach, verdammt! Hallo! So. Okay. Also Duriel mach ich definitiv noch mit Eifer fertig. Und danach geht es dann weiter mit gesegneten Hammer ab Ebene 3, also ab, ab Akt 3. So. Was für ein Glück, ey. Äh. So. Äh. Nasssssssssssssssssssssssssssss. Zoow! Das ist nicht so gut. Puh ey. Gehen schon die Zint auf den Geist. Na komm. So. Oh nein. Oh nein. Man. Das war jetzt echt mies. Okay. Alle guten Dinge sind vier, habe ich gehört. Oh Gott. Ach, das gibt's doch nicht hier. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Mann, 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 Mann. Aber ich selten. So, was ist so ein schönes Angebot? Nichts. Enttäuschend. Ach so. Doppler. Mein Fehler. Ab rein da. Ja. 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 lord. Oh Gott. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Und das ist? Das ist krass. Einmal bloß in Drehung. Perfekt. Nicht mehr. Nicht mehr. Nein, 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 nein. Wäre natürlich ein Vorteil, wenn ich mir noch zumindest die Tränke einfühlsse. Eine Sache fällt mir noch ein. Ich könnte ja langsamer mein Schild austauschen, oder? Ich hatte vermutet, dass was anderes ist. Nein, nein. Oh nein. Nein. Da habe ich festgesteckt. Es war nicht so angedacht. Doof gelaufen. Ein bisschen doof gelaufen. Naja, kann passieren. Hm. Hallo. Hallo. Lass ihn ruhe. Tja. Tja. mach den dummen kalt, bitte. Danke. Ja, ist in Ordnung, mein Guter. Ich bin auch nur gestorben, welch in deiner dummen Feuerwand stand. 1 bis 19 Schaden. Nicht schlecht. 59. Okay. Was haben wir denn hier schon? Ah. Der Kreis fährt. Perfekt. Perfekt. Nee, der Kreis ist doch ganz hintenlängs. Hm. Und ist der Kreis eigentlich? Ähm, ja, wir sind im Kreis drin. Perfekt. Gut, okay. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir relativ fix zu dem, zu dem Eingang von Duriel kommen. Zu seiner Grabkammer. Zu seiner Grabkammer. Ich hier ewig mit den Leutchen hier rumgucken. Gut, you must, I hope that, good evening. So. Den nehmen wir mit. Den verkaufen wir. 4% Lifestyle. Nehmen wir. Nehmen wir. Okay. Okay. Good evening. So, was nehmen wir denn schönes mit? Okay. Okay. So, dann heißt es, Daumen gedrückt, dass wir hier ordentlich durchkommen. Oh, sehr schön. Sehr schön. So, okay. Nee, du kannst nicht. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los, mein Guter? Ah, okay. Ich hab natürlich gehofft, dass mein Untertan noch ein bisschen was aushält Komm Dori Mach hier keine Metzchen Ich will meinen Untertanen und dann geht's weiter Mein Söldner natürlich So Die nehmen wir nochmal als Metzsicherheitshalber Man weiß ja nie Okay Ja, ich hab ein ganz gut Schaden gemacht Ich hätte ja natürlich jetzt noch großartig gegen ihn kämpfen können Aber ich empfand das jetzt nicht als so sinnvoll Äh, äh, äh So Und auf die letzte Runde Der hat bloß noch knapp ein Viertel Leben So 2000 haben wir noch Okay Ich gucke mal, ob wir uns noch den Söldner leisten können Oh yeah Oh yeah So Machen wir mal so Die Brustplatte Was hat die denn schönes? Eisenharz Rein mit der Mh Okay Okay Ist jetzt nicht unbedingt das Deutste vom Deutsten hier Ja Okay Sieht gut aus Danke Wo waren wir denn? Ich muss ja noch mit Drognern reden. Nein, Blödsinn. Aber warum hat er mich nicht in den Palast gelassen? Na ja, gut. Genau. So, drüben haben wir alles erledigt. Die Rüste ist erledigt. Ja, gut zu sehen, du auch. Oh, nehme ich. Oh, auch gut. So viele O's heute. Hm. Hm. Ich habe da noch irgendwas da reingesteckt. Den Brustpanzer, den kann ich null gebrauchen. So. Behave. Was meinst du mit Magi? Ich bin nämlich immer. Na, ich finde es schön, wenn sich jemand einer dritten Person mit mir unterhält. Du sprichst momentan mit Ormus. Nein, weiß ich nicht. Du kannst mir gerne auf die Sprünge helfen. Weg damit. Und wir nehmen den hier. Ach so. Weg damit. Und wir nehmen den hier. Ach so. Und die E-Drohne. Perfekt. Ja, das nehme ich doch. Not in town. Okay, ist in Ordnung. Mach mir nicht. Computer sagt nein. Ja. Ach, das ist herrlich. Computer sagt nein. Computer sagt ja. So. Ach ja. Ich wollte noch was anderes machen bei der Tante. Oh, warte mal. Ich muss das nochmal bestätigen. Na dann. Bäm. Computer sagt ja. Ja. Herrlich. So. Jetzt gehen wir mal um. Okay. Eins kann ich reinsetzen. Und das war, glaube ich, Blast Aim. Im Concentration war es gewesen. Und Concentration. Natürlich nur Concentration. Gesegneter Hammer durch Blast Aim macht er noch mehr Schaden. Und ich würde. So Blast Aim. Ja, okay. Und Widger. Ich muss mich jetzt hier echt. Ach ja. Ah, okay. Ich verstehe. Aber durch was? Magischen Schaden. Ah. Für beiden. Da gab es auch mal einen Song. Okay. Der ist mir jetzt nicht bekannt. Ach so. Ja, ja. Das kenne ich. Das kenne ich. Das Lied. Das kenne ich. SOS. 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 Du und ich. Nee, nee. Ähm. Herz an Herz. Du und ich. SOS. Ich liebe dich. Ich und du. Immerzu. Oder? Ach nee. Das ist noch ein anderer Song. Noch ein anderer Song. Den du, glaube ich, meinst. Aber das war von Blümchen gewesen. Wenn du den meinen solltest. Ja, aber das gibt noch ein anderes. Das stimmt. Ähm. So, dann machen wir nochmal den hier. Auch wenn das nicht so sinnvoll erscheint. Sie oben. Ja, den kenne ich. Wie gesagt. Ich habe jetzt gerade in Blümchen damit verwechselt. Ich habe Blümchen. Ich habe an Blümchen gedacht. Die gute. Von Song Computer Liebe von früher. Ah. Liebe. Ach ja. Ja, ja. Jetzt. Jetzt ist es wieder. Jetzt ist es wieder drin. Ich verstehe. So. Ich habe noch zehn Punkte. Theoretisch gesehen. Ich muss die zehn Punkte ehrlich gesagt aufheben. Weil ich pro Level halt ordentlich Bumse mit dem. Hammer. Okay. Und hier. Ach. Shitty shit. Ich sehe gerade noch. Ein Ansturm brauche ich ja immer noch. Hm. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich habe nichts gesagt. So. Mit dem Hammer. Auf jeden Fall. Das musst du gleich sehen. Ich mache mal kurz zwei, drei Minuten Pause. Mich mal kurz strecken. Ein bisschen Freilauf geben. Und dann geht es dann bald auch wieder los. Mit Akt drei bis fünf. So. Bin gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal. Boah. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Man, 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 eh. Oh, genau, der ist es, genau der Kalib, der mit dem einen Auge. So. Okay. Genau. Genau, 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 genau. Hallo Beruft euch mal wieder hier, ihr Guten Oh, ist hier jemand mit Manaverbrennung dabei? Ey, die machen mich echt ganz schön fertig, die Viecher hier Oh komm los, jetzt mach aber hier die Fliege Ey, ey, ey Mann, Mann, Mann Kein Daar Ja Die Ich brauche einen Monat. Jetzt geht es nur noch mit großen Sprüngen nach vorne. Der große Sumpf auch noch. Nee. Wobei. Okay. Das was hier so rumrennt könnte mir gefallen. Nur Geister sind so ziemlich die schlechteste Option die man hier haben kann. Oh komm lass mich mal durch. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ich nehme mal gegen Blitzschaden. Hm. Resistenz ist schon mal ganz gut. Ich bin Arzt. Hm. Achso. Ich halte mal ein bisschen Ausschau nach dem Teleport. Vielleicht finden wir da noch was. Ich bin Arzt. 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 Puh. Eine Runde bin ich erstmal gelaufen. Perfekt. Will ich mir ein besseres wünschen. Ahh. Hmm. Also der große Sumpf ist heute echt ein Würgereiz. Oh, vom Feinsten. Gut, okay, jetzt bin ich endlich da. Oh, 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 oh. Die Geier, die geben viel Leben. Äh, viel XP. Das ist was Gutes. Wenigstens etwas Positives hier. Oh. 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 Und, 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 und. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Ernsthaft? So. Dann nehmen wir noch die Rune. Ernsthaft? Na gut, dann verkaufe ich noch den Stab hier und dann ist gut. Dann will mich glatt jemand ärgern. So. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ah. Ah. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR XDD so okay weil ich gerade wo der hammer gegen geflogen ist das sieht gut aus ja 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 das ist eine ganz schöne ecke komm schon lass mich hier durch so ich habe doch hier noch ein genau einen knorrenstab hatte ich doch noch hier gehabt so unter rock weiter gehts das das ist ist das ist das das ist das ist das ist das ist das ist das das ist das ist das ist das ist das ist ist das ist das das ist das ist das das ist das das ist das ist das 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 ist das das ist das das ist das ist das das ist das das ist das das so äh ne den mana brennt den will ich nicht haben ja das sehe ich dass du mana brauchst das wie sieht es damit aus so hm ok hier ist die kante ok hier ist die kante ne ja ist in Ordnung so jetzt bloß noch den teleporter finden dann bin ich schon mal gut äh ja gut bedient da ist er perfekt so 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 ich ich benutze ich benutze eigentlich bloß ein schild zum blocken ab und zu meine rüstung hält mir noch ein bisschen stand nur sonst ähm bin ich eigentlich bloß am rumlaufen und streue diese hammer also so viel mit abwehr ist bei mir gar nicht ja so sieht es aus magi das reine weg halt zum zaubern gedacht und wegrennen das ist halt so ziemlich die stärkste kombi die du haben kannst als 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 paladin also machst du die meisten schaden wo sind die striche ja mhm mhm ach so äh die map die ist für mich zur orientierung würde ich ohne karte durch die gegend laufen dann wäre ich schnell verloren die dient rein weg zur orientierung wo das 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 Oh nein, kommt das mir ruhig. Besonders bemerkbar wird es dann halt in schwierigen Schwierigkeitsgraden. Ja, das ist nicht so. Weil da sind die Karten teilweise riesig. Und einfach so durch die Gegend rennen und zu sagen, ja okay. Ich finde mich da schon zurecht, ist meistens sehr, sehr unpraktisch. Ja, das ist nicht so. Danke dir, die Zauber. Für den Follow. Vielen lieben Dank. Oh, komm schon. Die Gänge sind auch noch so verdammt eng. Da bin ich zum Beispiel... Bin ich zum Beispiel mit meiner Attacke relativ schlecht dran, wenn die Gänge so eng sind. Ah, ach so. Ach so, ja. So, vielen lieben Dank. Bringe ich mal schnell den Phönix zu Alcor, den guten. So. Hey, hey, die Zauber. Na, wie geht's? Stay wild and listen. Stay wild and listen. Jetzt bin ich ja komplett rumgelaufen. So, endlich den Gang... Oh, pfff. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was du hier haben kannst im Chinda Dungeon. Dass du da Ewigkeiten rumläufst, bis du da endlich den nächsten Gang findest. Das Teil hat übrigens drei Etagen. Ja, ja. Das nehme ich. Das nehme ich. Egal was, das nehme ich. Ich kann das nicht benutzen, okay? Und, 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 und. Lass mich in Ruhe. Ah, blöd, blöd, blöd. Das ist natürlich richtig ungünstig gelaufen gerade eben. Ich bin noch an so einem Punkt, wo ich ziemlich weit weg bin. Das ist ärgerlich. Das war gerade richtig ärgerlich gewesen. So. Ach, gut, okay. Jetzt muss ich nämlich ein bisschen an Strecke zurücklegen. Was ich sehr, sehr ungerne mache. Passiert halt manchmal. Ich hab euch auch lieb. Oh, oh, oh. Ja, die Viecher sind in der Masse unberechenbar, ey. So. 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 Was für ein Gemetzel, ey. Wieder mal. Oh, Gürtel. Nehme ich. Oh, Gürtel. Oh. 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 Okay. Ach, falscher Eingang. Ach, falscher Eingang. Kommt, lass mir jetzt in Ruhe hier. Oh, anstrengend. Oh. 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 Dann nehme es doch. Ein guter. Ich will mir einen Tornado-Zauberin machen, aber ich weiß nicht, wie ich den Schaden auf Attacke bekomme, ob sowas überhaupt möglich ist. Einen Tornado-Zauberin willst du machen? Du redest bestimmt von Blitz, oder? Ach, Tornado-Zauberin, okay, ich verstehe. Das willst du dann bestimmt über eine Waffe machen, oder? Ja, mit Windruhenwort. Uh, das ist eine gute Frage. Hm. Du wirst das auf die Waffe bekommen, sagst du. Also, da wäre es an sich halt praktisch, wenn du vielleicht die Zauberin auf eine sehr schnelle Angriffswaffe spielst halt und ein gutes Schild halt. Weil ich glaube, bei Wind löst es sich doch durch Schläger aus, oder? War das nicht so? Ja, genau. Genau. Und dann suchst du dir halt eine schnelle Waffe. Ich müsste jetzt echt lügen, weil ich habe die noch nie so angegangen, die Zauberin. Ich bin immer so dieser klassische Typ, mach die halt auf Kältefeuer. Bis nach oben. Nur, also wenn du die wirklich so machen möchtest, wie du sie gerade vorgeschlagen hast, dann kann ich dir echt raten, nimm eine sehr schnelle Waffe. Nimm wirklich ein gutes Schild, was eine relativ hohe Blockrate hat und dann einfach auf Angriffskraft, also dass du im Endeffekt die auch viel triffst, dann kannst du das halt auch gut triggern. Nur ich weiß nicht, ob das in der Hölle noch so gut ist. Ja. Das wäre mein Vorschlag, den du machen könntest. Dann würde ich aus der halt eine Kampfmagierin machen. Die vielleicht noch mit dem, mit dem, ähm, ein bisschen mit Eis arbeiten, damit du die Gegner vorfröstelst, beziehungsweise Zitterrüstung. Und dass du dann im Endeffekt die dann, äh, zerbolzen kannst mit deinem, mit deinem Angriff. Das wäre zum Beispiel eine Option. Aber eine Frage an dich, äh, Zauber. Wie, wie kommst du überhaupt drauf, dass du die so spielen möchtest? Was, was ist deine, äh, Überlegung gewesen? Ach, okay. Ja, das ist natürlich doof. Wenn du 126 Aufladung hast. Ach, stimmt, ja, das, das gibt ja... Ja, du hast dort Ladung drauf. Stimmt ja. Nur wenn die voll entlädst, das ist schon monstermäßig teuer. Hast du überhaupt hier schon mal die Waffen zusammengebastelt? Zauber. Ach, okay, okay. Und was kostet, äh, ja gut, okay, PvP mit Tornado. Das ist natürlich interessant. Würdest du dann hier in den neuen Diablo-Teil dann sozusagen ausprobieren, ob es klappt oder wie? Ah, okay, okay. Also wie gesagt, dann würde ich die halt auf Schwert und Schild spielen. Hm, du weißt noch nicht. Der Tornado so aus der Entfernung heraus ist ja relativ ungenau. Und im Nahkampf hast du natürlich den optimalen Schaden. Ja. Das wäre so mein Gedanke jetzt. Auch im PvP ganz praktisch. Ja, das ist natürlich die Frage. Da kann ich dir ehrlich gesagt recht wenig weiterhelfen. Für der Druide ist er so eine Klasse, die spiele ich wirklich sehr, sehr selten. Hat was mit meiner Geschichte zu tun. Also, ein Kumpel und ich, wir haben früher immer zusammen halt Battle.net gezockt. Und der hat halt immer den, ähm, ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst halt. Der hat auf jeden Fall immer den Druiden genommen und ich habe den Totenbeschwör genommen. Und deswegen habe ich nie den Totenbeschwör irgendwie angerührt in Zukunft. Ich hatte ihn, glaube ich, bloß einmal durchgespielt oder zweimal. So, wenn ich Bock hatte, nur sonst halt viel, viel Source gespielt und, ähm, Totenbeschwörer. Ja, also ich kann dir nicht zu 100% sagen, ob er mehr Schaden machen würde. Nur ich gehe mal davon aus, da den Totenbeschwörer eh später auf seine Tornado-Attacken spielt, dass es darauf hinausläuft, dass du mehr Schaden machst mit dem Druiden seiner Attacken. Also mit dem Tornado. Und, äh, spielst du eigentlich das Spiel dann auf der Konsole oder auf dem Rechner? Das wäre natürlich auch noch interessant. Auf PC, okay. Weil ich habe nämlich letztens, äh, im Gespräch gehabt, dass ein Kumpel meinte halt, ja, wenn er beispielsweise den halt auf, äh, wenn er, wenn er zum Beispiel jetzt auf der Konsole spielt, dann kann er halt wesentlich schneller hitten. Und da würde, denke ich mal, die Variation der, der Mage mit diesem Tornado mehr Sinn machen, auf der Konsole zu zocken. Nur mal so ein kleiner Gedanke dahinter. Ja. Und am Rechner, wenn du halt nicht so viele Schläge auf einmal machen kannst, beziehungsweise halt, ähm, das nicht so besser casten kannst durch Knopfdruck, dass du halt vielleicht weniger rauskriegst an Schaden. Das wäre vielleicht noch ein Gedanke. Ist auf jeden Fall spaßig, was so in Zukunft rauskommen wird. Hm, impossible. 41 Stärke. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Nein. Oh, zu wenig. Na, egal. Endlich dieses Herz gekriegt, ey. Endlich der Schinderdschungel vorbei. Gott sei Dank, ey. Wie der mich nervt, der Schinderdschungel. Krieg ich immer fast ein Kind, ey. So. So. Babam, babam. Und im Allgemeinen, was ist so dein Lieblingscharakter, den du spielst? Zauber? O. Oh. 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 Oh! Komm schon. Geht doch. Nur Zauberin, ein Variation. Das ist natürlich nicht schlecht. Du hast einen auserlesenen Geschmack, muss ich dir sagen. Hat Morph auf mir jetzt hier rum zu prügeln. Ich muss gerade lachen. Hast du eigentlich schon mal die Wehrbärzauberin gespielt? Ja, okay. Ich finde ihr sowas von heftig, die Wehrbärzauberin. Dass du mit der dann im Endeffekt auch Solo über Tristram fertig machen kannst. Finde ich nicht schlecht. Hat seinen Reiz, muss ich sagen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. nehm ich was und dann darfst du noch frei rumlaufen mit dem schaden das ist echt nett das ist wirklich nett das ist wirklich ziemlich heftig da rasierst du ja wirklich alles mann 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 und wie viel Zeit hast du schon allgemein in Diablo reingesetzt was schätzt du so so her damit weiter geht's der Kartengott ist mir heute keineswegs gut gesonnen muss ich sagen oh je mini das ist das ist wirklich das ist wirklich episch das ist wirklich episch und wie viel Zeit hast du reingesteckt schon im Spiel so nur mal über den Daumen gepeilt das interessiert mich was heißt hier leider jede einzelne Stunde lohnt sich für Diablo jede einzelne Stunde in Diablo ist eine Bereicherung so schlimm wird's doch nicht sein ach herrlich ja jetzt in Ahnung hier bitteschön ach das ist nicht schlecht endlich endlich perfekt ich schätze mal du hast bestimmt auch schon den Remake vorbestellt oder und wartest drauf bis du dir die Finger dann wundzocken kannst gesunde Einstellung gesunde Einstellung ich habe auch ziemlich viel bock ich glaube das wird eine ziemlich spaßige Geschichte mal schauen vielleicht haben die ein paar Neuerungen eingebaut wer weiß wer weiß aber ja ich habe schon öfters jetzt gehört dass die halt den einfach bloß geremaked haben nur man weiß ja nie man weiß ja nie also geil wäre es natürlich wenn sie dann auf einmal rumkommen ja wir haben hier noch äh ein fünften nackt beziehungsweise in einem halben Jahr kommt ein Addon raus die Schatzfrohrs geteilt ja das hatte ich auch schon gehört dass die da ein bisschen dass die ein bisschen Hand angelegt haben okay ich habe keinen Mana mehr das wäre eigentlich der perfekte Augenblick um mal zumindest zurück zu gehen ja 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 ich finde das ich finde das auch ziemlich gut für die Schatztruhe muss man so sagen wie es ist war echt Krebs gewesen auch nicht der schlimmste Krebs nur die war einfach Krebs hätte man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen können naja nur das Spiel ist ja knapp 20 Jahre alt und da kann schon mal passieren ja ich habe es gefunden gefunden so jetzt habe ich 40 ich brauche für den Helm 41 oh ne oh ne das ist mies naja das ist glaube ich dir das glaube ich dir das ist ziemlich deprimierend aber eine Jaru treibt sich doch ohne weiteres ziemlich schnell auf also so ist ja nicht ne das ist nicht so schön da möchte ich nicht in deine Haut stecken aber hey du bist ja wieder am spielen also passt ja perfekt ah so aber ich freue mich auch so auf den neuen Teil also richtig wird es richtig suchten den Tag schön online sein und dann gucken was ich so in 24 Stunden schaffe wie viele Charaktere also wenn ich wirklich alle vier in den 24 Stunden durchspielen möchte dann heißt es für mich auf jeden Fall dass ich hier ziemlich viele Missionen auslasse und das ist halt so die Frage will ich das? ja will ich das? will ich die Missionen auslassen? und die Grafik sozusagen weniger genießen? ja das ist immer die Frage der Fragen bei mir ich denke schon einmal durchspielen reicht aus richtig schön genüsslich so nach du lebst ja noch wieso kannst du schon wieder nicht? ach so ich hab das Schild da noch drin ach das ist bloß nicht reparierbar gut okay haben wir so auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf ähm ja da kommt raus hier boys das ist das ist da ist wir das ist auch so da ist miss da geht doch alle weg so waren wir es dann sieht doch gut aus würde ich meinen eins zu allen fähigkeiten ja kann man mal machen so für den anfang den anfang ist das nicht schlecht muss ich sagen kann ich verkaufen und ich hoffe wir kommen jetzt hier gut weiter das war keine bauernkrone es war dieser hier der tarnhelm war es gewesen 1 zu 1 fertigkeiten ist auch nice ist die kleine bauernkrone finde ich ganz gut für den anfang absolut geil also für den für den lauf jetzt hier das ist spitzenklasse kann ich mir kaum was besseres wünschen 1 zu 1 fertigkeiten ich hatte überlegt ob ich noch für den nächsten akt halt mir ein stab hole mit teleportations ladungen ich könnte ja natürlich genauso gut halt mich auch durchbacken indem ich halt diesen sprint dann immer wieder nutze diesen diesen wie nenne ich das schon so schön diesen doppelcast oder ich weiß es gar nicht genau wie man das nennt naja wie auch immer ist nicht so mein fall ok nehme ich ok ok Na da ist es doch. Oh, 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 was ist denn das hier schönes? Ah, geht doch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Teleportiert der noch weg der Bosche? Gibt's doch nicht. Ah, ich hoffe die Ladung reicht soweit aus für den. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja ist doch in Ordnung mein guter. Ist in Ordnung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na geht doch. Und das war der Gute. Auf zu Akt 4. Danke. Na komm mal her, mein Kleiner. Du darfst wiederkommen. Hm, okay. Und weiter geht's. Ach, genau. Das machen wir nochmal. Ich gucke jetzt nochmal nach einem Stab. Vielleicht finde ich ja noch was Schönes. Man weiß ja nie. Nee. Oh, nice. Level 24 benötige ich dafür. 17.000 kostet der. Was Level bin ich denn jetzt eigentlich? Okay. Das ist natürlich perfekt. Ähm. Ja. Nehme ich. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Ach, das ist auch noch da. Okay. Das habe ich ja total vergessen. Ja, da habe ich übrigens meinen Teleporter-Stab bekommen. Auch nicht schlecht. Ah. Ja. Und rein in die Truhe. Weiter geht's. Also heißt es nochmal fix auf Level 24 kommen und dann passt das alles. Ah, die nehme ich später. Perfect. Okay. 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 Das war's für heute. so Das halte ich für ein Gerücht. Das ist ein Gerücht, das ist ein Gerücht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, na das ist doch sehr schön hier, den Gang nach unten haben wir gefunden Ja, naja, 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 naja Hm, moin moin HXNRY Na, alles klar bei dir Wie geht's dir? Ja Hatten Sie nicht? Ja Der Die 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 Passter ja ja ich genauso ich auf jeden fall genauso mindestens genauso wie du mein größerer wunsch steht ja schon fast dahinter dass halt die community wieder aufgelebt wird also richtig schön so vor 20 jahren wo die alle richtig gehypt waren von der abloh her dass die dann noch größer vielleicht wird dass die leute noch mehr bock darauf haben das spiel zu spielen darauf habe ich natürlich noch mehr lust freut mich auf jeden fall dass du dich drauf freust hast du bestimmt schon geholt oder das spiel ja also das wäre natürlich richtig krass das nämlich doch schön ist noch hat mich verdrückt hier darauf freue ich mich am meisten dass die community wieder richtig fett wird das gefühl ich treffe nicht richtig so jetzt müsste ich den treffen na komm schon mein guter geht doch ja türei war nah blub 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 so dann drück du mir mal die daumen dass ich hier relativ zügig durchkomme das wäre natürlich der absolute kracher na perfekt perfekt so will ich sehen für den nächsten akt habe ich auch schon einen stab mit teleport das ist natürlich perfekt brauche ich ja keine ewigkeiten rumgurken oh na cool na das war nicht so cool ja ich gehe mal kurz bei bei das ist glaube ich standard gemäß nur der sönder der ist meine offizielle ablenkung also der hat nicht so viel an funktionen der ist total unterlevelt aber das ist auch in ordnung so also wie gesagt für 2000 geht das mache ich ab und an mal rein ich denke mal das wird auch so ziemlich das letzte mal jetzt sein dass ich den halt reinbringe war ich brauche den ja gar nicht mehr ich brauche den gar nicht mehr für mich ist jetzt wichtiger dass ich halt noch ein bisschen kohlen spare falls ich ein bisschen mana schwund habe bei unseren letzten bossen so sehr schön ja so sieht es aus ok level ab bin ich auch schon perfekt und was ist übrigens dein dein lieblings charakter in der ablung oh hört doch mal auf jetzt hier hast du eine präferenz r ax h x n r y so perfekt eine tool rune ah ok krass weil ich höre zu 90 prozent dass die leute halt mit ein mit einer mage anfangen weil die gleich richtig schön die ganzen items looten wollen oder beziehungsweise fahren wollen mit looten ist ja ein bisschen schwer hier aber interessant auf jeden fall ja das stimmt auf jeden fall nur hammer den halt kommst du solo ganz gut zur rande ja gut mit der mage natürlich auch klar nur mit der mage ist es immer halt relativ einseitig ja außer du fängst natürlich halt später an richtig schön zu basteln und so ja ja ist dann wird es natürlich richtig interessant oder du machst es so wie ich halt du suchst dir einen zauberstab und hast ein paar ladungen drauf da brauchst du erstmal kein enigma nein nein das wird das für böse ausgehen wenn ich weiter so mache ja wo die alle herkommen ja ja dankeschön 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 congratulations hm 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 danke dir auch weg damit ich brauch gar keine brauche ich auch nicht mehr das klingt auf jeden fall klingt wirklich gut bei dir das ist interessant auf jeden fall wann hast du eigentlich mit der ablo angefangen hxnry wann hast du gestartet ok was brauche ich denn level 24 ok lass mich raten ich bin level 23 23 23 23 23 bin ich jetzt ah kann ich endlich diesen stab verwenden gut gut jetzt ewigkeiten nicht gespielt aber resurrected beta hat mich einfach wieder gecatcht äh also ich wie war es bei mir also ich habe release gespielt und dann bin ich dann also release von von diablo den ganz normalen zweier teil habe ich so als kleiner pups gespielt dann ging es dann halt weiter dass ich dann auch lord of destruction gespielt habe viel in lan party mit freunden und als das dann soweit durch war habe ich eine ziemlich lange pause gemacht ungefähr fünf bis zehn jahre weiß ich jetzt nicht so ganz genau ich könnte mal nachrechnen ja zehn jahre waren es gewesen und dann habe ich dann irgendwann 2015 gesehen so ein paar streams mehr angeschaut und dann ist mir halt aufgefallen da gibt es halt bessere möglichkeiten um seine ganzen items zu verstauen weil ich fand das immer schlimm ich wollte alles sammeln halt nur ich hatte halt keinen platz gehabt und ja habe ich dann wieder angefangen 2015 habe dann bestimmt so knapp 500 600 stunden reingehauen alle charaktere mal hoch gespielt die mage stand so ein bisschen rumprobiert auch gemacht und dann habe ich dann irgendwann nochmal zwei jahre pause gemacht wieder gespielt wieder zwei jahre pause gemacht und dann bin ich zu heute gekommen also ich habe halt der ablo dem remake gesehen dachte mir mache ich definitiv habe ich richtig bock drauf und habe mir auch vorgenommen halt das zu streamen halt weil ich bin absolut begeisterter der ablo fan ja und dann geht es halt los also ich mache mich jetzt hier sozusagen warm wie du siehst spiele nochmal alle charaktere so ein bisschen durch schauen wie es läuft und dann mache ich dann halt 24 stunden lang genau das gleiche bloß ein bisschen schneller hoffentlich auf jeden fall mit viel spaß ok ich finde schonmal gut mein mein gesegneter hammer der haut gut durch ja das ist so ungefähr mein werdegang ach ok hier sind die stricher och hör auf weg zu rennen why are you running why are you running im prinzip wenn du es so nennen magst ja fühl mich jetzt nicht so nur ja aber wir haben schon früher so hack and slay spiele ziemlich ziemlich gefixt halt alles was verboten war oder oder halt brutal war hat mir spaß gemacht also ich bin jetzt kein sadist oder so absolut nein ich meine das war halt das war schon was anders gewesen ja und da habe ich auch den pc für mich entdeckt dann ging es dann los geiles spiel der ablo kam raus definitiv ich kenne ja auch schon der ablo 1 das habe ich ja auch gespielt halt nur es war halt kein vergleich der ablo 1 war halt keine ahnung für profis gemacht gefühlt es war richtig hart oh kommt lass mich doch durch hier boys und girls das na geht doch und wie ist so dein werdegang? wie wie bist du zu der ablo gekommen? wie lange spielt sie schon? erzähl mal bist bestimmt auch interessant noch eine rahl rune perfekt noch eine rahl rune und wie ist so dein werdegang? und wie ist so dein werdegang? ich will nicht noch dann das ist doch alles nur eine ansichtssache und das schöne ist doch schon mal du bist zu der blut gekommen und da ist ja egal wann du losgespielt hast okay das towerschild von sieg und stahl total ist wahrscheinlich uns gleich mal an ich könnte echt ein neues schild gebrochen sieg und stahl total ist das witzig ist das witzig stimmt das hat der 1 zu 1 fertigkeiten gehabt oh man oh man 75 stärke ja 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 oh ja also nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht gut dann verpacken wir das mal schön was hast du mir schon wieder den starb häuft sich ja alles an das ist schlimm jem schreien naja los dann kommen wir weg das wird wohl nicht sehr ich denke auch ich könnte natürlich noch ein bisschen hier rumschummeln halt weil mit dem flagge geht das halt dass ich die skill punkte versetzen kann als auch akara könnte ich anquatschen nur akara wie schon verwendet naja dann lassen wir es mit dem schild trotzdem ein schöner fund ist das muss ich sagen wenn das schild das droppt von den ganzen equipment teilen von sieg und am wenigsten der rest der droppt halt ohne ende das wird gedroppt ohne ende das zeug nene nene lass mich mal danke komm schon machst du mit mir hier geht doch oh je das ist natürlich dezent ärgerlich mit denen mit dem schild aber einfach in die truhe rein dort liegt es sicher dort liegt es warm zwei real ruhen habe ich auch gefunden so das wichtigste ist natürlich dass ich halt auf level 24 komme mal los hier katschi katschi go hello boy ich finde es auf jeden fall schön dass ich mit abstand hier von den gegenständen die momentan so gefallen sind den besten one habe also erstmal hier den helm den tarnhelm dann die schuhe die heavy boost auch nicht schlecht ja also kann man machen nur ich trage immer noch mein schild aus level aus sagt eins mit rum also das ist schon sportlich das ist schon sportlich ich habe gehört das soll stärkste schild sein so achja bevor ich sie total vergesse ok 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 ja ok 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 Komm her, mein böser, kleiner Troll. Mein erstes Parler-Shit. Egal, was es ist, ich nimm's. Ich nimm's. What? Geil. Was habe ich nochmal von Drops erzählt her? Also das ist nicht schlecht. Eine Rondache mit 11% Widerständen. Mit drei Slots. Gesockelt, ey. Was zur Hölle, ey. Das ist wirklich gut. Na, wo seid ihr denn? Da kommt er. Das war natürlich nicht schlecht. Okay, der Dicke ist weg. Ja, ist in Ordnung. Ich bin, ich bin richtig abused darüber. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Na dann. Auf, auf zu Diablo. Das ist wirklich cool. Ja, ich bin total Ich kann nicht erkennen, das ist überhaupt nicht zu reden. kann man von mir eliminieren. Oh. So. Äh, ne. so weiter geht's auf zur runde 2 ich kenne jetzt den miesen trick kommen renn mal zu mir hier und weiter geht's steht da schon wieder so ungünstig kommen wir auf dem hinterriff dran was war ein kampf ich habe ich habe vor zwei tagen gegen ihn mit dem barbaren gekämpft das war ein kampf gewesen jetzt müsste ich bloß noch treffen ok ok ach komm schon hier ich gehe was für ein klon ey so auf in runde 2 dachte schon der kommt auf dumme gedanken und versperrt mir den weg ok ok Oh, 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 oh. Na komm schon, wo bist du? Na komm, komm aus der Ecke da raus. Ey, ist das dein Ernst? Geht doch. So, was haben wir denn schönes hier? Ja, small charm, das ist natürlich nett. Ja. Ja. Ist natürlich nicht so nett, weil ich glaube nicht mehr, dass ich noch großartig zwei Level vorankomme. Das ist wahrscheinlich. Mal gucken, ob ich jetzt im nächsten Akt großartig level. Wenn nicht, dann müsste ich nämlich nochmal in den Flammfluss gehen und dort ne Runde leveln. weil ich brauche noch 24. Ja. So, und den haben wir auch noch, den Deglar. So. Ach, warte mal kurz. Ich nehme mich, war jetzt teurer Rückkauf nur. ähm, den Stab, ich möchte gerne den Stab benutzen. So. 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 Gut, dann geht's weiter. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ich genug XP bekomme von denen. Ja. Ich hätte ihn noch einfach fertig machen können. Na gut. Na Judi. Drück mir die Daumen, dass ich hier XP bekomme. Ja. Perfekt. Weiter geht's. Das. Was? Ja. Was? Ja. Ja. Mit ojos. Was? Wir können hier. Oh. Mal. Das ist. Was? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 so 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 hab ich jetzt identifizierten hier habe ich nicht perfekt wow wow dachte für das shit wäre ein bisschen mehr drin gewesen hm 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Mir stellt sich gerade die Frage, ab welches Level ich nochmal Schwur der Urahnen verwenden kann. Ich hab gerade keine Ahnung. Das war's für heute. Ach, herrlich. So. 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 in der Wand so da haben wir die zweiten na los geht raus dort verdammte Axt ok so da haben wir die letzten Boys hm kommt schon Level 24 noch oh das sieht gut aus das sieht noch geht aus hm hm so nehm ich auch hm hm who do see you too my boy what do you need tja das sag ich dir gleich holy shock auch nicht schlecht so jetzt hab ich glatt wieder ein bisschen Geld das ist natürlich nicht schlecht hm 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 und weiter geht's Das ist sehr schön. Oh, nett. Nimm mich. Nimm mich. Oh, geil. Das ist natürlich richtig gut. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So. 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 Geht doch. So, dann kann es weitergehen. Oh, geil. Das ist gut. Wie machen wir das denn? So, hier. Gut, wenn es so ausschaut, dann gehen wir mal kurz hier rein und weiter in den Gletschertal. Anja, holen wir dann später ab. Anja, holen wir dann. Das war's für heute. Was ist das? Mhm. So. So. Wäre praktisch, wenn wir jetzt hier endlich mal durchkommen. Äh. Teleporter finden wir alle. Das ist perfekt. Okay. 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 Und. Die gefrorene Tundra. Perfekt. Sehr schön. Uh. Der kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Okay. Ein Level werden wir definitiv noch machen. Puh, 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 puh. Nee, ich lass das jetzt mal so. Perfekt. Hm, 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 hm. Was haben wir denn da? Oh. Da haben wir ihn. Schön Teleport. Gut, dann werden wir jetzt noch schnell die gefrorene Tundra machen. So weit wie wir halt vorkommen. Also, bis zu den Uhren werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Na, jetzt läuft's. Auch gut. Ja, das finde ich gut. Warnertrecke nämlich immer. Jo. Ja, das finde ich gut. Ja. Hallo? Was ist vorhin gerade los hier? Ihr Boys. Taucht auf einmal auf wie die Verrückten. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Oh, perfekt. So, das sieht doch gut aus. Dann machen wir mal das Kristallteil gleich. Hm, eine Sache habe ich mal kurz nachzuschauen. Oh, okay. Okay, perfekt. geht gleich weiter das ist perfekt 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 ich hau nämlich jetzt schwul der uhr an mein schild noch ein ne brauche ich nicht so rock ort und tal perfekt das ist wirklich nicht schlecht gleich kannst du mir helfen so jetzt sind wir super gewappnet ich denke mal es wird auch nicht mehr so lange dauern um jetzt bald zu begegnen und den auch kalt zu machen okay okay nein das ist nicht so gut so ab rein da okay falsche richtung das ist nicht schlecht okay 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 ich habe mich echt ganz schön jäcke gedrängt gerade eben online nicht ein zweites mal nicht ein zweites mal so aber genug hier jungs so jetzt bist du dann kommst du geht doch perfekt so ja gern geschehen okay jetzt so endlich bietet sich auch noch mal preis an und gehe ich doch glatt bei dir einkaufen bei der light is this place Und das ist ja geil, bisschen Ausdauer. Endsoft. Oh! So, dieser Eingang, der versteckt sich natürlich vehement von mir. Oder auch nicht. Hoffen wir, dass wir den jetzt ein bisschen schneller finden. Ahaha, perfekt. So. Da ist nur noch ein Nil-Attack dran. Anscheinend habe ich die richtige Richtung gewirrt, oder? Ne. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ah, so. Ahaha, so. Das ist der mit dem Block, der Typ hier. Du willst mich freuen, oder? Was ist mit dem los mit dem Typen? Geht doch. Man, 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 der hat sich echt Zeit gelassen, der Typ. So. Nimm mich. 27 zu Licht. So, dann sind wir gleich durch. Nur noch die Uralen und unseren Wertenfreund Baal. Jetzt sind wir fertig. Die Resistenzen, die können sich echt sehen lassen. Was kostet der Stab denn eigentlich repariert? 49.000 machen wir. Okay. Wir kommen noch mit... Ne, mit den Trinken kommen wir nicht mehr aus. So, das sollte passen. Ach, jetzt geht's los. Das sind doch die letzten Teleporter, die wir benötigen. Ah, perfekt. 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 So. Dann geht's los. Wir sind los. Wir müssen die Kurs. Wir müssen die Kurs. Wir müssen die Kurs. Das war's für heute. Ja, das war entspannt gerade eben gewesen. Okay, da wir ja so gut wie durch sind haue ich die letzten punkte in lauftempo rein, damit wir noch möglichst viel schaden machen mit unseren hämmerchen. Momentan sind das 130 bis 140 Schaden. Hm. Nett. Perfekt. Nummer eins. Okay. Okay. Nummer zwei. Ne. Da hin. Und Nummer drei. Perfekt. Moment. Wir sind da. Okay. Jetzt geht's in den Endspurt. Was macht der denn da? Packt er sich an der Wand fest? Na komm. Komm. Geht doch. So. 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 Bist den. Cause причem. Ich glaube so ist das besser ausgesprungen. Aber du kannst mich gerne eines besseren belehren. Oh. 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 Nett. So. Noch ein letztes Mal auftanken, bevor es losgeht. Ja. Sieht doch gut aus. Okay. Was nehmen wir noch schönes? Auroc. Und Auroc. Ja. 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 da bist. So, wo bist du denn? Ah, ist hier herrlich, ey. Na nice. Ah, geschafft. Ja, sehr schön. Da haben wir es heute durchgedaddelt, das Spiel. Ich denke mal, das ist ein guter Vorgeschmack für den Remake von Diablo, wofür ich auch das Ganze mache. Ich übe mich halt ein, damit es langsam richtig schön losgeht, damit ich wieder ein bisschen geskillt bin für das eigentliche Spiel. Ja, also von meiner Seite war es das erstmal. Der Run. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mich freut es auf jeden Fall, dass ihr alle dabei gewesen seid. Hey Olli, na, alles klar? Ja, und sonst schlage ich vor, ab morgen geht es bei mir weiter. Da laufe ich mit der Zauberin. Du kannst gerne dann mit dabei sein. Also dabei mit sein, ja. Du kannst gerne mit dabei sein. Und am Dienstag laufe ich dann noch mit dem Druiden. Dann sind wir dann soweit durch und ordentlich gehypt für nächste Woche. Und ab Donnerstag mache ich dann 24 Stunden One, wo ich da versuche, alle sieben Charaktere innerhalb von 24 Stunden durchzuzocken. Vielleicht hänge ich noch ein bisschen Zeit dran, wenn ich es noch ein bisschen mehr genießen möchte. Nur, du bist auf jeden Fall recht herzlich dazu eingeladen. Und dass wir es wirklich geschafft haben, ja, beweist natürlich nur das hier. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle zugeschaut habt. Mein Stream ist jetzt erstmal zu Ende. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich an alle von euch, die mich unterstützt haben hier, mental. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns die nächsten Tage mal, ja. Also dann, bye, bye. Einen schönen Abend euch noch. Auf Wiedersehen, ciao, ciao.